Wir haben es schon im Prenzlauer Berg gesehen. Babys schreien. Babys weinen. Babys machen in die Windel. Sie haben einfach keinen Nutzen. Warum sollten wir Babys wollen? Homopathik ist gegen die traditionelle Familie. Brauchst du dein Baby? Wir haben den ultimativen Tauschbasar. Gibst du dein Baby ab? Warten tolle Prämien auf dich. Für eine süße Zukunft. Wir wählen Homopathik. Homopathik für alle. Bis zum nächsten Mal. Ho 27. Vielen Dank.